Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Enjoy Your Camera. Und zwar, wir hatten schon öfters über Peak Design gesprochen, über die Messenger-Beck hast du dabei. Natürlich. Ja, also das ist hier diese hübsche Tasche. Die beste aller Taschen. Die Tasche aller Taschen. Und die hat auch diese Anschlüsse für diese Peak Design Schnupsis. Genau, die kann man hier vorne so reinschnupsen. Drauf hängt ein verstärktes Stück. Und diese Schnupsis nennen sich auch Capture Clip. Und es gibt zwei neue Sachen. Und zwar das eine ist, was du so als Zubehör zu deiner Peak Design Sammlung dazu bauen kannst, ist Peak Design Shell. Das ist eine Schutzhülle gegen Regen und Staub und Schnee. Und hast solche Ösen, um die Anker Schlaufen für die Gurte, für Slide und Zeug durchzuschieben. Und kannst du zusammen mit dem Capture Clip verwenden. Und es gibt es in drei verschiedenen Größen. Hier haben wir die Shell. So, drei verschiedene Größen für verschieden große Kameras. Und da kannst du eben deine Kamera hier so ein bisschen einpacken. Und dann trotzdem noch an diesen Capture Clip Adaptern hier so an Gurte dran schnallen. Genau, und dieses Teil fliegt halt auch nicht weg, weil du es halt festmachen kannst. Ja, also wenn man halt nicht möchte, dass die Kamera eingeregnet wird, das ist sehr praktisch. Wenn du irgendwie im Wald bist und Fotos von Heulen machst. Ja, mache ich generell. Das andere ist hier Capture Clip, Capture Lens. Das macht voll viel Sinn. Das heißt, du kannst dir an diese Platten, die du dir zum Beispiel an den Gürtel oder an den Gurt dran schnallst, kannst du eben auch die Objektive dran schnallen mit dem gleichen Mechanismus. Und das heißt, du kannst eben ein Objektiv damit schnell zur Hand haben und dann eben auch auf der Kamera aufsetzen. Also du kommst halt schnell dran, aber das Schöne ist halt auch, wenn ich das von der Kamera runternehme, dann habe ich ja meistens das Problem, ich nehme das Objektiv von der Kamera und ich kann das schon einfach fallen lassen. Aber das ist jetzt nicht ganz zielführend und so kann ich das halt in, da ist halt ein Bajonett dran für mein Objektiv. Das heißt, ich klippe mir dieses, das Objektiv, das ich in der Hand habe, klippe ich mir an das Bajonett, das in einem meiner Capture Clips hängt, drehe dieses Ding dann um. Das hat so eine Achse, auf der es sich drehen kann, nehme das andere Objektiv runter und stecke es auf die Kamera und habe halt nicht dieses, dass ich mit drei Objektiven und einer Kamera jonglieren muss gleichzeitig, zwei Objektiven und einer Kamera jonglieren muss. Das macht halt echt voll viel Sinn. Es gibt auch einen Adapter für eine GoPro, also allerlei Dinge, die man sich da an diese Gurte dran schnallen kann, entweder an die einzelnen Gurte oder an die Tasche oder was auch immer. Wenn ihr Sachen für eure Kamera sucht, dann schaut mal bei Enjoy Your Camera. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Jo. Eyc.de ist die Domain.